So, jetzt haben wir Nessie hier, der ist jetzt erstmal gebadet, schick gemacht und den lassen wir wieder schön weiß werden. Er bekommt extra ein Hundeschambool für weiße Hunde und danach bekommt er noch eine Spülung, damit das Fell nicht so verzieht. Ja, lasst euch einfach überraschen. So, jetzt haben wir die Joy gebadet und auch geföhnt und jetzt bekommt sie ihren Schnitt. Erstmal wird sie nochmal schön durchgekämmt. Um zu gucken, haben wir auch alle Filzer raus. Joy, komm mal rum. Und dann können wir die schneiden, ne? Komm mal rum. So, dann machen wir mal anfangen. Jetzt haben wir die Joy frisch frisiert, jetzt wird einfach nochmal nachgeguckt, ob wir auch alles gut abgeschnitten haben. Und, ja, sieht alles recht gut aus. Und, ja, jetzt bekommt sie noch ein Hundeparfüm und dann wird sie sich mit Sicherheit freuen, wenn sie dann gleich von ihren Angehörigen abgeholt wird. Und, ja, das soll es erstmal gelesen sein aus Biancas Hundefriseur. Tschüss.